Ich will lebendige Menschen aus euch machen, Unsterbliche. Jesus ist da. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze, er hat eine Feitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht, du dummes Sau. Kinski, der die Gewalt ablehnt, lässt hier einen Friedlichen, der diskutieren will, von seiner Leibwache die Treppe runterschoßen. Das sind faschistische Methoden. Und Kinski ist ein Faschist, ein Psychopath. Die Schnauze, kannst du dir nicht vorstellen, als ein Mensch, der 30 Schaltmaschinen halten, reden muss. Diesen Sinn, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss. Kannst es dir nicht vorstellen, dann lass es dir von irgendjemandem mit dem Hammer in dein Gehirn eindämmern.